Hat Justin Bieber keinen Bock mehr auf seine Fans? Ein brandneuer Instagram-Post des Sängers sorgt aktuell für jede Menge Gesprächsstoff. Darauf ist ein langer Text von Biebs zu sehen, in dem er seine Follower darum bittet, keine Fotos mehr von ihm zu machen, wenn sie ihn irgendwo sehen. Er fühle sich wie ein Tier im Zoo. Der Weltster verstehe natürlich, dass die Leute von dieser Botschaft sehr enttäuscht sein werden, aber er schulde niemandem ein Selfie. Hui, Justin Biebers Schmerzgrenze ist offensichtlich erreicht. Die Belieber reagieren auf diese Nachricht sehr unterschiedlich. Während einige den 22-Jährigen vollkommen verstehen können und seine Privatsphäre akzeptieren, sind andere Fans richtig sauer. Schließlich habe sich Justin Bieber für dieses Leben entschieden. Ein Fan findet sogar, dass es doch das Mindeste sei, mit den Leuten Fotos zu machen. Immerhin haben sie ihn so erfolgreich gemacht. Biebs Meinung dazu? Das Leben habe sich verändert. Früher hatte kaum jemand eine Kamera dabei. Jetzt trägt jeder ein Smartphone mit sich herum. Obwohl er es liebt, Menschen glücklich zu machen, wolle er kein Sklave dieser Welt sein, sondern das Leben genießen. g gu Robert Vielen Dank.